Hallo und herzlich Willkommen wieder bei GrobiTV, eurem YouTube-Kanal. Heute gibt es ein Kurz und Knackig von mir vom dritten Tag meiner Westdeutschland-Reise, nachdem wir gestern und vorgestern im Großraum Koblenz unterwegs waren und dort das Waveforming-Projekt mit den 16 21 Zoll Mac Audio Subwoofern eingemessen haben. Der liebe Dennis und ich und Patrick war zum Filmen da. Bin ich weitergefahren nach Luxemburg zu unserem Kunden, bei dem wir vor, ich glaube, 18 Monaten mittlerweile ist es her, eine Trinoff zusammen mit Mac Audio Lautsprechern installiert hatten. Der Patrick wird sicherlich das erste Video von damals einblenden. Man sieht unschwer an den hinteren Figuren, bei wem ich bin, denn das Kino ist auch auf Facebook durchaus bekannt und man findet es dort auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Die letzten zwei Tage waren Eugen und Florian, unsere zwei Mitarbeiter hier, haben die Mac Audio CS44 Deckenlautsprecher installiert. Damals bei der ersten Installation waren noch die ursprünglichen Deckenlautsprecher vom Kunden installiert. Wir haben jetzt hier ein kleines Update gemacht und die Mac Audio Deckenlautsprecher passend zur unteren Ebene installiert. Und wir haben von zwei Subwoofern, die mittlerweile nicht mehr hier sind, haben wir auf sechs Subwoofer erweitert. Das heißt, vier vorne in der Front und zwei hinten in der Rückwand. Normalerweise kennt ihr das klassische Double Bus Array vorne vier und hinten vier oder vorne sechs und hinten sechs oder so wie gestern vorne acht und hinten acht Subwoofer. In diesem Fall war das aber aufgrund eines Fensters und der Heizung nicht möglich. Und so haben wir hier vorne die vier klassischen Subwoofer installiert und hinten zwei Subwoofer raummittig auf ungefähr ein Viertel Raumbreite und haben hier trotzdem Waveforming einmessen lassen. Trinoff wirbt ja damit, dass bei Waveforming eben keine gleichen Arrays verbaut sein müssen wie bei einem klassischen Double Bus Array. Und so haben wir das hier auch umgesetzt. Wir haben vorne vier zwölf Zoll Subwoofer und hinten zwei zwölf Zoll Subwoofer und haben das mit der Trinoff auf 14 Positionen hier eingemessen. Die letzten vier Messungen davon haben wir wieder gelöscht, weil wir einfach zu nah an der Rückwand waren, sodass wir jetzt effektiv hier zehn Messungen Waveforming nutzen konnten. Und das Ergebnis ist wiederum ausgesprochen gut. Der Bass ist sehr druckvoll, präzise, er ist nicht boomig, er ist aber dynamisch. Der Nachhall ist relativ kurz, so wie man das haben möchte, ohne dass er unendlich lange im Raum steht. Und von daher kann man sagen, dass in diesem Raum, der Raum ist ungefähr 5,50 Meter mal 3,80 Meter, dass hier das Waveforming mit vorne vier und hinten zwei Subwoofern auch gut funktioniert. Besser auf jeden Fall als vorher die zwei Subwoofer, die vorher hier standen. Und die Trinoff machte einfach einen hervorragenden Job. Das soll es jetzt auch gewesen sein hier aus dem Kino. Ich zeige euch gleich noch ein paar Aufnahmen hier von dem Kino und werde dann mal nach vorne in den Technikbereich gehen. Die Technik steht außerhalb des Kinos. Dort ist mittlerweile ein Serverschrank installiert. Und dann zeige ich euch da auch noch zwei, drei Bilder. Und ja, nehme euch da einfach nochmal mit auf die Reise. Wir drehen das Ganze einfach jetzt mal um die Kamera. So, das ist der Blick nämlich nach vorne auf die Leinwand. Ihr seht eine 16 zu 9 Leinwand. Wir sitzen hier etwas weiter als 1 zu 1 entfernt. Macht aber trotzdem sehr viel Spaß. Und wie gesagt, das Kino hatten wir ja schon in dem von Patrick verlinkten Video vorgestellt. Also wer noch weitere Details zu dem Kino haben möchte, kann hier gerne das alte Video sich nochmal anschauen. In der Front vorne sind drei M12 Mac Audio Subwoofer Lautsprecher verbaut. M12 links, rechts und center. Dann haben wir hier die vier Subwoofer als Array verbaut. Und oben sieht man natürlich alles nicht, sind die CS44 Decken Lautsprecher verbaut, die als Front Heights hier für den vorderen Surround Klang dienen. Der Kunde nutzt ausschließlich Atmos. Wir haben aber hier trotzdem wieder ein Setup verbaut, womit er Atmos Aura und DTS-X gleich gut nutzen kann. Aber Atmos hat hier schon sehr gut geklungen und ich glaube, ich würde hier auch sehr viel mit Atmos hören. So, dann haben wir an der Seite klassischerweise die Surround Lautsprecher, die S6. Hinter den Figuren haben wir dann die Surround Backs, ebenfalls S6 Lautsprecher von Mac Audio und die beiden Subwoofer. Oben in dem Loch ist der Sony Projektor und dann hier immer ein Haufen stummer Besucher, die hier mit Filme schauen, ob man will oder nicht. So, ich bin jetzt am Technik-Rack. Wie gesagt, vorher in dem alten Video standen hier noch Regale, wo die Technik aufgebaut war. Mittlerweile steht hier ein sehr schöner Serverschrank. Wir haben oben einen Oppo-Blu-ray-Player, den ihr ja alle kennt und die immer noch heiß begehrt sind als Gebrauchtware. Dann haben wir die 16-Kanal Trinov Altitude, die jetzt um zwei weitere Kanäle erweitert wurde, um eben alle sechs Subwoofer installieren zu können. Das heißt, hinten ist ein DAC angeschlossen, an den entsprechenden AES-Ausgang, der dann von digital auf analog wandelt und damit die Kanäle 17 bis 20, die wir aber nicht brauchen, in der Anzahl dann halt umsetzen können. Dann haben wir zwei IOTA-Endstufen und dann haben wir hier vorne den DAC, der dafür sorgt, dass die Digitalsignale in analoge Signale umgewandelt werden. Dann ein Rekorn für die Körperschallwandler und unten dann die drei Dynacord-Endstufen für die sechs Subwoofer. Der eine oder andere Kunde wird sich jetzt, oder Zuschauer besser gesagt, wird sich jetzt wundern, warum hier nicht die klassischen DSP-Endstufen verbaut sind, die wir sonst immer in den Kinos zeigen. Da hier eine Trinov verbaut ist, brauchen wir hier keine DSPs in den Endstufen, sondern das regelt alles die Trinov. Und somit war es in diesem Fall nicht nötig, dass wir hier Endstufen mit DSPs verbauen. So, dann drehen wir das Ganze nochmal kurz um. So, das soll es dann auch gewesen sein von mir. Ich werde jetzt sechs Stunden von Luxemburg zurück an die schöne Nordsee fahren, werde dann die Osterfeiertage genießen, bevor es dann nächste Woche weitergeht. Nächste Woche bin ich mit den Kollegen von Grobi auf einer Storm-Audio-Schulung und lassen wir uns mal überraschen, was das gibt. Ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei den anderen Videos hier auf dem Grobi-YouTube-Kanal. Denkt dran, abonnieren, Glocke anschalten, dass ihr nichts mehr verpasst. Ich wünsche euch auf diesem Weg auch schöne Feiertage, frohe Ostern und würde sagen, bis in Kürze auf diesem Kanal. Ciao!